Höre die Überlieferung, oh Dina Allahs. Kala Rasulullah, sallallahu alaihi wa sallam, Jaumul Qiyama wird derjenige, der am besten, am schönsten gelebt hat, der alles genossen hat, was man nur genießen kann, er wird genommen, Jaumul Qiyama, und für einen kurzen Moment, nenne es Millisekunden oder wie du willst, in Jahannam hereingetaucht. Dann wird zu ihm gesagt, oh du Mensch, hast du jemals etwas Gutes in deinem Leben gesehen, genossen? Er wird schwören bei Allah, ich habe nie etwas Gutes in meinem Leben gesehen. Dann wird der Mann genommen, Jaumul Qiyama, der am elendigsten gelebt hat, aber ein Mu'min war, aber ein Gläubiger war. So wird er in das Paradies hereingetaucht, dann wird er gefragt, hast du jemals etwas an Elend, an Schwierigkeit erlebt in dieser Dunya? Er sagt, oh mein Herr, ich habe nie etwas Schlechtes erlebt. Er schwört auf Allah, dass er nur Gutes gesehen hat und nichts an Schwierigkeit empfunden hat.